Heute starten wir mal einen Test, den sich viele von euch gewünscht haben. Ihr kennt sicherlich Lackreinigungsknete und da gibt es enorme Unterschiede bei der Menge, also beim Gewicht, als auch beim Preis. Und da haben viele gefragt, Sebastian, gibt es verschiedene Lackkneten oder ist das alles das Gleiche? Warum muss ich für so eine renommierte Lackknete, wie zum Beispiel von Petzols, mehr Geld ausgeben, wie hier für so ein Dreier-Set oder wie vielleicht das hier? Was das ist, erkläre ich euch gleich. Gibt es da wirklich Unterschiede? Wo liegen die Vor- und Nachteile? Muss ich mir eine teure Knete kaufen oder reicht auch hier eine aus Fernost importiert, um meinen Fahrzeuglack perfekt vorzubereiten? Um hier kleine Rückstände zu entfernen, Insektenreste, diese kleinen Lackpickelchen, die entstehen, Teerreste und so weiter. Das finden wir heute mal gemeinsam heraus und ich gebe euch mal alle Vor- und Nachteile hier der teuren Kneten mit und auch der billigen Kneten und vielleicht findet man auch einen Mittelweg. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Viel Spaß, nach dem Intro starten wir durch. Die meisten von euch werden hier von Petzols die Magic Lean Reinigungsknete auf jeden Fall kennen. Gibt es einmal in der blauen Version, in der roten Version scharf, blau, mild und es gibt jetzt auch noch seit einer Weile eine weiße Version, die super mild ist. Jetzt hier haben wir auch noch so ein No-Name-Produkt, eher im mittelpreisigen Bereich. Die gibt es von verschiedenen Herstellern. Ich denke mal, die kann man sich hier als fertiges Set von einem Großhändler bestellen, dann sein Logo draufkleben und schon hat man hier sein eigenes Knet-Set. Und die kostet circa 8 Euro. Hier ist immer bei einem Preis, je nachdem, es gibt dann auch nochmal die passende Clayloop dazu, irgendwo bei 13 Euro, 15 Euro, 16 Euro. Die verschiedenen Sets verlinke ich euch auch nochmal in einem Video. Und das hier ist, ja, ratet mal, wo ich das her habe. Na, kommt er drauf? Genau, die habe ich hier von Wish. Das ist eine Reinigungsknete, die ist genau so bei mir angekommen. Genau in der Verpackung, ich habe die nicht irgendwie geöffnet, das ist genau so angekommen. Das ist total widerlich gewesen. Und da klebt er auch schon hier einen Teil davon an den anderen Sachen, die im Paket mit drin waren. Aber also das ist hier sozusagen meine Lieferung, die ich von Wish bekommen habe als Lackreinigungsknete. Und da sehen wir auch nochmal schön den Preisunterschied. Also super billig. Ich glaube, ich habe hier 2 Euro bezahlt für diese ganze Lackreinigungsknete. Hier habe ich, glaube ich, 8 Euro bezahlt. Und hier, das müsste ein Set gewesen sein, das habe ich auch schon sehr lange. Ich kann mich an den Preis nicht mehr 100% erinnern, aber die Preise sind irgendwo bei 13, 15, 16 Euro. Je nachdem, ob ihr hier noch die Clayloop mit dazu habt. Und das ist schon mal der erste Unterschied. Also die Verpackung. Ihr seht hier, schöne, robuste Verpackung. Auch gut wiederverschließbar hier bei der Petzold. Hier haben wir noch ein Stück, was komplett neu ist. Hier haben wir ein Stück, was ich schon öfters jetzt benutzt habe. Und das ist so ein kleineres Stück, wenn ich ein paar Feinheiten damit kneten will. Auch nochmal eine Anleitung dazu, alles mit dabei. Und kommen wir jetzt zur zweiten. Hier haben wir auch eine schöne Schachtel, das finde ich noch positiv. Hier ist die Knete wirklich massivst eingepackt. Das war schon das erste Problem, das hier aus der Verpackung rauszubekommen, weil die so zugeschweißt war. Da musste man hier echt eine ganze Weile dran arbeiten, dass das gut funktioniert. Und ich packe jetzt mal komplett aus. Zur Konsistenz schauen wir uns dann gleich noch was an. Und das ist hier die Knete, die ich bei Wish bestellt habe. Und wir kommen gleich zur Konsistenz. Hier muss ich erst mal die ganze Verpackung aus der Knete rauslösen. Und ihr seht schon, was passiert. Ich ziehe jetzt mal richtig dran. Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, worum soll ich mir die teure Knete holen? Ich kann mir auch die billige holen. Ich glaube, die Frage haben wir jetzt schon beantwortet, ohne dass wir die überhaupt jemals getestet haben. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Es gibt hier in verschiedenen Stärken. Hier bei Petzolz, Weiß, Blau und Rot. Hier bei der Version gibt es sicherlich auch nochmal ein paar Sets, wo noch verschiedene andere Stärken drin sind. Aber ihr seht schon, das nächste Problem an der Sache. Das passiert hier bei der Petzolz-Knete nicht. Die liegt hier schon seit bestimmt jetzt drei oder vier Wochen in dieser Verpackung. Und hier klebt nichts an. Ihr habt gesehen hier, das liegt nicht mal drei Minuten in der Verpackung und schon habe ich hier Knetspuren in der Verpackung drin. Und hier klebt auch mein Finger sehr stark an der Oberfläche. Hier. Da bleibt richtig die Haut an der Knete kleben. Ich sehe, ich versuche das euch richtig hier darzustellen. Und das versuchen wir jetzt mal mit der Petzolz-Knete. Ich kann auch richtig hier draufdrücken. Das fällt sofort ab. Also die klebt bei Weitem nicht so stark. Und das sind schon einfach die Unterschiede, die wir hier erkennen können. Bei der Wisch-Knete, die klebt auch überhaupt nicht. Aber die kommt mir so vor, als hätte die nochmal so eine Gummischicht obendrauf. Und ihr seht, das würde zum Beispiel auch bei den anderen Kneten niemals hier funktionieren. Wenn ich bei der Petzolz hier was abziehe, dann habe ich gleich ein Stück Knete in der Hand. Und hier, das ist wie so ein Kaugummi. Und ich traue mich eigentlich gar nicht hier auf den Lack drauf zu gehen. Also ihr seht schon mal, das sind die groben Unterschiede. Konsistenz, Klebrigkeit. Und jetzt kommen wir noch zur ganzen Verformung. Und diese Knete hier, die mittlere, ist relativ hart. Also das erinnert mich hier an komplett ausgetrocknete Knete. Die ist super hart. Das werden wir dann auch beim Kneten merken, dass es nicht unbedingt günstig ist, damit zu arbeiten. Sehr unflexibel. Nehmen wir jetzt einfach mal hier die Petzolz dazu. Flexibel lässt sich auch gut wieder formen. Und dann können wir sie wieder auf ein günstiges Maß bringen. Und die Knete hier auf ein günstiges Maß zu bringen, ist so gut wie unmöglich. Ich versuche die mal richtig zusammen zu drücken. Also das geht nicht ohne weiteres. Ihr seht, der Block hat sich kaum verändert von der Größe her. Ich muss hier wirklich massiv Druck ausüben, damit die ein vernünftiges Maß bekommt. Und bei der Knete hier aus Fernost, ja, ich glaube, hier habe ich das größte Problem, erst mal die Verpackung rauszulösen. Die klebt nämlich total eine Knete an. Ich hoffe, ich finde da ein Stück, um hier überhaupt damit zu arbeiten. Ihr seht hier überall noch Verpackungsreste drin. Bäh, Mist. Jetzt testen wir mal die einzelnen Kneten durch. Wir starten mal hier mit der teuren Premium Knete von Petzolz. Ich nehme mir auch das passende Kleidmittel dazu. Ich nutze das bei allen drei Kneten, damit wir hier einen fairen Vergleich haben. Und ich habe die vielleicht jetzt erst mal nur komplett mit Shampoo gereinigt. Habe ich euch ja spart. Ihr wisst ja, wie das funktioniert. Und hier sind jetzt halt überall noch so kleine Lackpeckelchen drauf. Ich kann euch die leider nicht hier in der Kamera sichtbar machen, weil die halt so winzig sind. Aber man merkt hier deutlich so diese kleinen Peckelchen. Gebe ich mir hier ein bisschen Clayloop drauf. Auch auf meine Knete. Und dann kennt ihr ja dieses Verfahren des Knetens. Einfach hier von oben nach unten abarbeiten. Ohne großen Druck nur die Knete arbeiten lassen. Ich fühle die hier nur ganz geschmeidig über den Lack. Eine Bahn von oben nach unten. Und wir sehen, hier sind so ein paar Verschmutzungen drin. Aber es hält sich in Grenzen. Jetzt spüle ich immer gerne hier diesen Schmutz einmal runter. Und wenn sich nicht so viel in der Knete befindet, gehe ich dann auch nochmal hier auf der zweiten Seite nochmal mit drüber. So, rutscht super angenehm. Und nimmt jetzt die ganze Verschmutzung mit runter. Und jetzt ist die Fläche wirklich super glatt. Hier ist überhaupt nichts mehr an kleinen Unebenheiten drauf. Meine Hand rutscht hier ohne Probleme über den komplett schönen, sauberen Lack. Klar sind hier jetzt auf jeden Fall noch Kratzer drin. Auf der gesamten Fläche, die werden wir dann nicht beachten. Aber wir werden schauen, ob wir hier irgendwelche Knetspuren bekommen. Und ich mache mal hier so eine Abtrennung. Bis hierher haben wir geknetet. Und dann gehen wir hier auf die zweite Fläche mit der zweiten Knete. Kommen wir jetzt zur zweiten Knete. Und ihr seht schon, das ist fast unmöglich, die hier in richtige Form zu bringen. Man kann die am besten gleich im ganzen Block nutzen. Aber die dann wieder zu falten. Hier, ihr seht, das ist gar nicht so einfach. Und jetzt wieder platt drücken. Das ist halt einfach nicht so der Hit. Das ist schon das erste Problem. Das nächste Problem, macht das bitte nicht zu Hause nach. Das ist hier unser Testfahrzeug. Hört ihr das, wie laut das hier aufschlägt, wie hart. Ich denke, ich kann das euch damit gut auch akustisch nochmal sichtbar machen. Los geht's. Kneten. Richtig schön Clayloop einsetzen, damit hier auch keine Schlieren entstehen. Und jetzt kneten wir einfach mal hier die Seite. Komplett. Und ich nehme einfach noch die andere Seite, die ist ja auch genug Clayloop drauf. Und dann machen wir einfach hier oben auch nochmal von oben nach unten, ohne großen Druck. Einfach nur hier die zwei Finger drauflegen und dann von oben nach unten. Und damit haben wir jetzt die Seite auch noch gemacht. Ich mache mir hier eine Markierung hin. Und dann gehen wir hier auf Fläche Nummer drei. Und hier habe ich jetzt schon wieder das nächste Problem. Ich bekomme diese Knete überhaupt nicht gelöst aus dieser Verpackung, weil die klebt hier richtig an. Ich versuche mal nur ein Stück rauszulösen, was vielleicht nicht mit Verpackung verklebt ist. Also keine Ahnung, das ist hier alles noch in der Verpackung drin. Ich bekomme das hier auch nicht raus. Das ist einfach unmöglich. Selbst die Kunststoffverpackung lässt sich hier kaum von der Knete lösen. Und schon habt ihr wieder hier ein Stück in der Hand. Also das ist für mich totaler Schrott. Das ist das einzige Stück Knete, was ich jetzt hier rausbekomme, ohne die Verpackung mit anzulösen. Obwohl hier, können wir mal, seht ihr hier diese kleine Kante? Aber es ist einfach nicht machbar. Wie soll ich diese Knete hier rausbekommen? Das ist für mich totaler Schrott weg damit. Ich nehme jetzt einfach mal das kleine Stück hier. Sorry, aber mehr bekomme ich einfach nicht aus dieser extrem beschissenen Verpackung raus. Letztendlich ist es aber nicht so schlimm, weil ich kann ja trotzdem damit kneten. Und ich denke mal, ihr könnt auch hier diese kleinen Punkte erkennen. Dann gehen wir mal auf die andere Seite noch. Gehe ich hier nochmal mit der anderen Seite der Knete auf die zweite Fläche. Und dann testen wir das mal. Also hier ist noch ein Pickelchen drauf. Hier ist noch eins. Also ihr müsst mir das leider glauben, weil ich kann es euch nicht sichtbar machen. Hier merkt man überall noch Unebenheiten. Hier ist auch noch ein, zwei. Hier ist nichts mehr, hier ist nichts mehr. Hier ist noch eins. Also man merkt deutlich den Unterschied. Also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, hier bei der Petzolz ist überhaupt nichts mehr drauf. Hier bei der mittelpreisigen Knete haben wir noch so zwei, drei Punkte. Vor allem hier oben. Hier haben wir noch einen Punkt. Hier unten haben wir auch noch einen. Und das liegt daran, dass diese Kneten einfach zu hart sind. Diese mittlere war schon sehr, sehr hart. Und da hat es einfach keine Chance, sich hier um diesen Schmutz zu hüllen. Wenn diese zu hart ist, dann rutscht die einfach eins zu eins über diesen Schmutz drüber, weil sich die Flächen hier im unteren Bereich nicht flexibel an diesen Schmutz anpassen können. Die müssen den ja sozusagen mitnehmen. Das heißt, die Knete muss sich etwas verformen. Und dann kann diese Knete auch den Schmutz mit abfragen. Und der haftet dann sozusagen auch hier in der Knete drin. Und deswegen muss sie auch eine gewisse Flexibilität haben, wie zum Beispiel bei der Petzolz, damit diese Knete sich hier anpassen kann, den Schmutz mitnehmen kann und den am Ende auch halten kann. Wenn diese zu hart ist, rutscht sie einfach nur drüber. Und dann habt ihr hier, wie zum Beispiel in dem mittleren Bereich, immer noch so zwei, drei Punkte, wo einfach noch Schmutz drauf ist. Bei der Knete hier drüben aus Fernost, die mega hart war, habe ich überall noch kleine Punkte drauf. Also hier brauche ich gar nicht mitzählen. Bestimmt 15, 16 Stück locker überall. Und liegt einfach daran, dass die Knete viel zu hart ist. Schon allein das ist für mich ein K.O.-Kriterium. Da würde ich nicht mal auf den Lack gehen. Und ich spüle das jetzt hier mal großzügig runter. Und dann schauen wir uns mal an, ob hier Knetspuren entstanden sind. Die müssten ja dann diese Bahn erreichen. Genauso auch hier. Vielleicht auch bei der Petzolz. Schauen wir uns jetzt an. Schauen wir uns hier die erste Fläche an. Petzolz-Knete. Und ich sage es mal dazu, diese Kratzer, die hier drauf sind, in Längsrichtung, die waren schon vorher drauf. Jetzt geht es hier um diese Knetspuren. Und das sind so ganz feine Riefen, die entstehen, wenn man hier mit einer minderwertigen Knete arbeitet. Die sehen dann so aus. Also das, was ihr hier an Kratzern seht, oder auch jetzt im Licht, das ist nicht durch die Knete entstanden, sondern einfach nur, weil der Lack ja nicht in dem besten Zustand ist, hier hinten auf der Heckklappe. Und diese Knetspuren unterscheiden sich einfach. Und ihr seht hier, wir haben keine Riefen, die hier hin und her gehen. Ihr seht es hier auf der gesamten Oberfläche. Nur diese ganz normalen Swirls und tieferen Sachen. Und vor allen Dingen wird das deutlich, wenn wir jetzt mal auf die andere Seite rüber gehen. Also ihr seht es in den beiden Lichtern, in dem stationären hier oben und auch hier in meinem. Einfach nur der zerkratzte Lack, aber wir haben keine Knetspuren. Und darauf kommt es an. Jetzt gehen wir mal eins zu eins eine Fläche weiter. Und ich glaube, ihr könnt es jetzt schon zwischen den zwei Lampen erkennen. Hier immer noch auf der rechten Seite die Petzelsknete, in Klammern auch die teurere Knete. Und hier geht dann der Bereich los, wo ich jetzt gerade geknetet habe, mit derselben Technik, mit derselben Klee-Loop-Mischung, mit der originalen von Petzels, mit denselben Bewegungen, mit demselben Druck. Und da sehen wir schön, wir haben hier richtig schöne Striemen. Hin und her, hin und her. Und das liegt einfach daran, dass diese Knete viel zu hart ist. Und wenn wir hier rüber gehen, hier ungefähr ging dann der Petzelsbereich los. Das ist ein wahnsinns krasses Ergebnis. Oder ein richtig starker Unterschied. Und da sehen wir auch nochmal schön, was hier der Unterschied ist zwischen einer guten Knete und einer Knete, die doch vom Preis her wesentlich günstiger ist. und dafür einfach nicht mit der Qualität mithalten kann. Hier sehen wir richtig krass, was das für Knetsporen macht. Und das dürft ihr im Anschluss polieren. Hier müsst ihr nicht nochmal im Anschluss polieren. Hier ist nichts weiter drauf. Ich kann ja auch nochmal rüber gehen weiter. Und jetzt hier auf die andere Seite rüber. Und da geht es richtig los. Also Wahnsinn. Hier haben wir jetzt nochmal die dritte Fläche mit dem Bild. Auf der Seite, die wir uns gerade angeschaut haben. Hier haben wir überall diese Knetsporen. Jetzt seht ihr es auch nochmal oben im Bereich, rechts neben der Klee-Loop-Flasche. Beachtet hier diese Kratzer nicht. Das sind Längskratzer. Die haben damit nichts zu tun. Es geht hier oben um diese Spiegelung, die ihr jetzt oben seht vom Licht. Diese Streifen. Hier in der Mitte haben wir einen Bereich, den ich ja nicht geknetet habe. Seht ihr das? Da fehlen oben diese Schlieren. Hier auf der anderen Seite sind sie wieder. Bis dahin ungefähr habe ich ja geknetet. Hier habe ich einen Bereich ausgelassen. Und hier waren wir jetzt mit der ganz billigen Knete unterwegs. Und da seht ihr auch hier, ja, kann man fast als Hologramm bezeichnen. Aber es sind halt einfach diese ganz feinen Mikroschlieren, die entstehen. Und die dürft ihr im Anschluss alle rauspolieren. Und das ist einfach der Unterschied zwischen den billigen Kneten oder den Kneten, die man eigentlich gar nicht kaufen sollte und den etwas höherpreisigen. Und ich denke, ich konnte euch mit diesem Test auch nochmal den Unterschied gut darstellen. Also ich werde hier im Fazit für euch nochmal ein paar wichtige Punkte zusammenfassen. Und ich glaube, ihr konntet den Unterschied wirklich sehr gut erkennen. und der Test hat nochmal gezeigt, wo wirklich am Ende die Unterschiede liegen zwischen einer teuren Knete, zwischen einer Knete, die gut funktioniert und Reinigungskneten, die günstiger sind. Das ist erstmal schön, wenn es sowas gibt. Aber wenn die Leistung da nicht passt und ich mir den Lack versauere, dann gebe ich lieber ein paar Euro mehr aus und nutze hier so eine Qualitätsknete. Und das wollte ich euch in dem Test einfach nochmal vorführen, dass es da wirklich Unterschiede gibt. Und ich habe auch nochmal hier diese ganz billigen Sachen mit reingenommen, die ich bestimmt niemals aus der Verpackung rausbekomme. Also das wandert in den Müll. Aber ich glaube, ich wäre es lieber behalten, falls mal jemand hier bei mir zu Besuch kommt wieder und möchte was über das Thema Kneten erfahren, dann kann ich ihm das hier als Beispiel gleich zeigen, dass er davon absolut die Finger lassen sollte. Ja, totaler Schrott. Bei der mittelpreisigen Knete hier habe ich erst gedacht, okay, das kann vielleicht funktionieren. Konsistenz geht, lässt sich ganz übel zusammenfalten. Ihr seht es auch nochmal hier, das muss man am besten unter eine Presse legen oder hier ein Brett drauf und mit dem Auto drüber fahren, damit das wieder flach wird. Das ist unmöglich, hier das miteinander zu verbinden und deswegen fällt das für mich auch aus. Also ich bleibe hier bei der Premium-Knete, weil das tue ich mir an Arbeit nicht an, das tue ich meinem Lack nicht an, weil ihr habt es gesehen, es entstehen richtig eklige Knetspuren. Und das ist wirklich so eine Sache, das geht echt sehr schnell und macht dann im Anschluss nur noch zusätzliche Arbeit, weil wenn ihr jetzt nur über den Lack gehen wollt und ein paar Insektenreste kneten wollt, habt Schwarz-Unilack, Schwarz-Metall-Eck, ein schönes dunkles Blau, ein schönes dunkles Grün, also alle sehr kontrastreichen Farben. Wenn ihr da die falsche Knete nehmt, dann habt ihr mehr Schaden danach als vorher. Und deswegen meiner Meinung nach Hände weg von diesen ganzen billigen Sachen. Bei Knete ist das wirklich massiv der Unterschied. Und ihr könnt mal reinschreiben, welche Knete nutzt ihr zu Hause, mit welcher seid ihr sehr zufrieden. Schreibt es mal gerne unten rein. Ich hoffe, ich konnte euch hier bei dem Thema weiterhelfen. Ihr wisst jetzt, worauf ihr achten müsst beim Thema Knetwahl. Ich danke euch fürs Zuschauen, freue mich über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr weitere Fragen habt, unten einfach in den Kommentaren melden. Abo dalassen, weitersagen, haut rein. Ciao.